Wir sind noch im VIP-Bereich und wer ist wieder einmal da? Schön, hast du dir ein paar Minuten Zeit genommen zwischen all den Selfies, die du hier machen musst. Genau, es ist immer wieder schön, wenn ich ein paar Selfies machen kann. Aber mit der Zeit geht es einem auch auf den Sack. Auf den Wecker, sorry. Auf den Sack, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dich noch ein wenig sehen. Und hier, genau. Ich habe das gemacht, darum habe ich es happy. Sicher? Nein, Scherz. Also, du bist schon zum dritten Mal zum Energy Stars. Was waren deine Highlights? Ja, bis jetzt habe ich zwei Highlights gehabt. Und zwar, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Nach der Afterparty, das war auch mein grösster Highlight. Natürlich auch der Stress. Natürlich auch der Stress. Dass du dich an nichts mehr erinnern kannst, ist das Highlight. Ja, zuerst einmal der Stress selber, seine Performance. Und dann, dass ich mich an nichts erinnern konnte. Ist das bei dem gewesen? Nein, nein. Würde ich mich an alles erinnern, dann wäre es ja ein sehr gerne Highlight gewesen und Erlebnis. Und das war es dementsprechend nicht, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Aha, okay. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu blond für die Antwort gewesen. Aber macht nichts. Ich wünsche dir auch heute wieder viel Spass. Und das wäre, ist dein Highlight wieder der Stress? Wieder der Stress und nachher die Afterparty. Okay. Hoffentlich wieder, dass ihr sich an nichts mehr erinnern könnt. Wir wünschen viel Spass. Danke, euch auch.